Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Es fühlt sich immer wieder schön, also mir persönlich macht das Spaß, klar, im Sommer ist natürlich, naja, wenn es länger hell ist und so was alles und wärmer ist, viel besser. Auf jeden Tag, heute war der geil mit 17 Grad, 16, 17 Grad bestimmen. Toll, für Frühling jetzt zum Einstich, wäre ich gelungen, jetzt geht der Verkehr wieder los. Okay, dann schönen Abend noch. Schönen Abend noch.